Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Marktausblick. Diese Woche war es relativ ruhig, was die ganzen Aktienmärkte anbelangt. Natürlich auch Krypto hat sich ein bisschen wieder erholt. Diese Woche, beziehungsweise halt nächste Woche, steht aber sehr, sehr viel an. Wir haben eine Fettzinsentscheid, wir haben Arbeitslosenzahlen, wir haben Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA, wir haben in Europa ein paar Zahlen, in Deutschland ein paar Zahlen. Also nächste Woche sollte deutlich, deutlich mehr Bewegung reinkommen. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Video ein bisschen genauer anschauen. Chart-Analyse wahrscheinlich heute nicht wirklich lange, weil sich wenig im Gegensatz zur letzten Woche gesehen hat. Ihr seht es hier schon bei BXY, aber trotzdem möchte ich es nochmal ansprechen, welche Setups nächste Woche möglich sind. Wir gehen natürlich auch auf die laufenden Trades ein. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video trotzdem schon mal gerne ein Like, da abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne mal unten einen Kommentar da lassen, dass auch der Algorithmus ein bisschen gepusht wird. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer, in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das ganze Traden wollt, wie Gold, wie die Stockmärkte, wie Forex, könnt ihr das alles bei Bingings natürlich tun. Den Link dazu findet ihr auch kostenlos unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wir fangen an mit dem US-Dollar, also dem DXY. Und da seht ihr schon, es hat sich zu letzter Woche eigentlich überhaupt nichts getan. Wir gehen immer noch, beziehungsweise ich gehe immer noch davon aus, dass wir hier nochmal ein höheres Hoch, beziehungsweise hier unsere Korrektur dann früher oder später mal sehen. Wir hatten hier jetzt nochmal so ein kleines höheres Hoch bekommen. Das hat dann auch die Ineffizienz auf den kleineren Timeframes da nochmal ausgefüllt. Seitdem ist hier eher Seitwärtsphase. Ein Short-Entry bin ich hier auch noch am überlegen. Der wird aber wahrscheinlich dann auch diese Woche dann endlich mal kommen. Nur diese Woche hat sich hier einfach überhaupt nichts getan. Ihr seht, wir hatten diesen Push hier nochmal hoch. Dann ging wieder der Abverkauf los. Und seitdem eher so ein bisschen Seitwärtsphase. Das Golden Pocket wurde auch noch nicht erreicht. Bloß diese Ineffizienz, beziehungsweise dieses kleine Gap, was wir hier unten noch haben, direkt im Golden Pocket, wurde auch noch nicht geholt. Das heißt, wir haben hier nochmal die Chance, einerseits natürlich nochmal einen Short-Entry zu bekommen und natürlich jetzt auch, wenn wir uns dann mal den Euro gegenüber US-Dollar angucken, auch hier wurden wir nämlich noch nicht abgeholt. Das heißt, unser Euro-US-Dollar-Long-Trade ist noch nicht drinnen. Ich habe gesagt, ich warte hier noch auf diese grüne Box. Die liegt hier bei knapp 1,08 Euro. Die wurden noch nicht geholt. Wir hatten hier einen Wig. Aber wie gesagt, diesen Wig würde ich mir gerne auch nochmal fischen. Deswegen gehe ich hier weiterhin davon aus, dass wir im Laufe, entweder Montag, Dienstag vielleicht, dass wir dann endlich diese grüne Box abholen und mit gleichzeitig dieser Demand-Zone, die wir hier haben auf dem 4-Stunden-Timeframe. Wir können uns das Ganze auch nochmal auf dem Daily-Chart angucken. Da haben wir genauso diese gleiche Überschneidung hier mit eben dieser schönen Support-Zone. Also das heißt, auch hier warte ich darauf, dass wir hier unten diese Zone abgeholt haben. Dann hätten wir weiterhin ein höheres Tief im Chart beim Euro-US-Dollar und könnten dann zumindest mal eine Erholung starten mit, wenn wir uns mal hier das FIP-Level ziehen und dann davon ausgehen, dass diese grüne Box abgeholt wird, zumindest mal hier oben in dem Bereich des 1,10 Euro, damit wir das Golden Pocket und möglicherweise sogar diese Ineffizienz hier oben bis zum 0,786er möglicherweise nochmal füllen. Das heißt für mich, Euro weiterhin long, wenn die Order abgeholt wird und die XY, also heißt US-Dollar, bin ich weiterhin eher short eingestimmt. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt schon rüber zu den Stockmärkten. Also weil sich hier wenig geändert hat, das ist immer noch so das Setup von gestern, gehen wir rüber zu den Stockmärkten. Und hier ist weiterhin Pump-Time. Also hier S&P 500 versucht gar nicht erst so richtig zu korrigieren. Wir haben hier eher so eine Range gebildet und ihr seht aber auch hier, das war das, was ich die ganze Woche schon angesprochen habe, ich wollte hier noch ein höheres Hoch haben, das haben wir jetzt erstmal erreicht, minimal, und wurden dann hier bereits schon rejected. Das heißt für mich kommt hier ein Short-Einstieg immer, immer näher, das Volumen geht immer weiter zurück. Die Frage ist jetzt noch, wie reagieren wir am Montag? Kommt am Montag nochmal so ein False-Move? Das heißt, dass wir doch nochmal dieses Hoch attackieren, dann werde ich auf jeden Fall hier einen Short-Trade für uns setzen. Zumindest dann erst einmal bis knapp 4860 Punkte oder sogar eben mit dem Ziel hier unten, das letzte All-Time-High rum bei 4818 Punkten zu testen und dann vielleicht nochmal eine Gegenbewegung in ein mögliches Golden Pocket dann hinzubekommen. Also da, wie gesagt, bin ich weiterhin Short. Ich habe jetzt nur noch darauf gewartet, dass wir hier zumindest mal das Hochtest abholen. Das haben wir gemacht. Jetzt vielleicht Montag nochmal abwarten und dann sollte hier ordentlich Bewegung reinkommen. Nasdaq wiederum hat es noch nicht gepackt, hier nochmal Neues hochzusetzen. Wir haben hier auch nämlich noch die Pivot-Points, den R2 hier in der Nähe. Also es wäre nicht verkehrt gewesen, wenn wir uns zum Beispiel diesen Bereich hier oben noch holen beziehungsweise zumindest mal noch ein höheres Hoch. Auch da schaue ich mir am Montag jetzt nochmal genau den Plan an, wie es hier am Endeffekt läuft. FIP-Level haben wir hier auch noch nicht getestet, wenn wir uns das mal angucken. Also da ist noch ein bisschen Platz nach oben hin, jetzt auch für Montag. Das heißt Montag nochmal Recovery möglicherweise an den ganzen Märkten und dann möglicherweise ab Dienstag dann die ersten größeren Abverkäufe, zumindest an den Stock-Indizes. Dow Jones hat dafür jetzt aber endlich mal wieder hier einen ordentlichen Wumms nach oben hingesetzt, kann man wirklicherweise sagen. Nachdem es hier eher ein bisschen kontraproduktiv lief, das heißt im Gegensatz zum S&P 500 und Nasdaq, kein neues High gegründet wurde, haben wir jetzt hier diese Woche oder auch jetzt vor allem am Freitag nochmal ein neues High gehittet. Wir haben die Box hier nach oben hin verlassen und sind hier bis auf knapp, wenn wir uns das mal angucken, 38.250 Punkte gestiegen. Auch hier warte ich ehrlich gesagt noch drauf, dass wir uns eben auch hier das Doppeltop holen mit nochmal einer extra Bearish Divergence. Das würde eigentlich sehr, sehr gut passen, dass wir hier vielleicht nochmal ein höheres Hoch reinkriegen. Das heißt Erholung am Montag, Doppeltop reinkriegen und dann wirklich erst eine Korrektur kommt. Also auch hier gehe ich eher nächste Woche von komplett Short-Märkten aus. Mit was hat das zu tun? Da blicken wir einerseits natürlich mal jetzt auf die Newslage, was dazu ansteht. Also Montag nicht wirklich viel, Dienstag Bruttoinlandsprodukt Deutschland. Wir haben Verbrauchervertrauen in der EU. Wir haben Inflationserwartungen der Verbraucher. Hauspreisindex kommt dann so um 15 Uhr in den USA. Das heißt der Dienstag und der Montag sind noch relativ ruhig. Das heißt die Märkte könnten nochmal ein bisschen Liquidität tanken, nochmal ein bisschen höher steigen und dann erst möglicherweise eben zur Korrektur ansetzen. Am Mittwoch Einzelhandelsumsätze ist es vor allem dann für den DAX möglicherweise nochmal ein bisschen interessanter, aber ansonsten steht ja erst einmal nichts an. 14.30 Uhr dann USA, ADP Beschäftigungsänderung, das könnte schon mal wichtig werden und dann vor allem um 20 Uhr FOMC Statement plus Zinsentscheid der FED. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben den ersten Zinsentscheid des Jahres. Die Masse geht davon aus. Also ich sage jetzt mal 97% geht davon aus, dass die Zinsen einfach gleich bleiben. Das war auch so gedacht. Wir haben ein schwächeres BIP gehabt jetzt am Wochenende, oder letzte Woche besser gesagt. Die Inflation wieder leicht angestiegen. Also ich denke, die FED würde jetzt erstmal alles so lassen und wir bleiben bei unserem Fahrplan, dass wahrscheinlich die erste Zinssenkung möglicherweise erst im März oder sogar erst im Mai kommt. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, das letzte Mal, wo wir FED-Zinsentscheid haben, war die Zinssenkung hier noch ein bisschen höher angesetzt. Anstatt jetzt, jetzt gehen schon wieder die Mehrheit davon aus, dass keine Zinssenkung kommt. Also da momentan immer noch so ein Hin und Her, aber da warten wir jetzt erstmal noch ab. Das könnte möglicherweise so dieser letzte Crash sein, wenn keine Zinssenkung kommt im März, die eigentlich schon ein bisschen eingepriesen war, dass wir dann möglicherweise doch nochmal so einen größeren Crash auch bei den Kryptomärkten kriegen, kurz vor dem Halving und dann nach dem Halving, so 1. Mai rum, dass dann die Zinssenkung reinsetzt und dann plötzlich die Kurse wieder steigen. Das ist nur so ein bisschen Theorie, ist noch ein bisschen zu früh, aber wie gesagt, die meisten gehen davon aus, jetzt am Mittwoch, dass die Zinsen einfach so bleiben. Aber das war auch vorher schon klar, es ist ja seit Monaten, wird spekuliert, dass wirklich erst im März oder allerspätestens dann im Mai die erste Zinssenkung kommt. Ansonsten Donnerstag, VPI-Daten in der EU, auch sehr, sehr interessant. Folgeanträge, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, wie immer in den USA um 14.30 Uhr. Am Donnerstag Produktivität außerhalb der Landwirtschaft, das kommt dann auch noch und am Freitag kommen dann auch noch private Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft. Also da seht ihr, da kommen eine Menge, Menge Zahlen ab Mittwoch auf uns zu. Also ab Mittwoch rechne ich mit sehr, sehr hoher Volatilität. Das heißt, die Stockmärkte haben einfach noch die Luft nach oben, zumindest Montag und Dienstag, diese Hochsee nochmal zu erreichen. Vielleicht sogar bis echt in diesen R2 reinzukommen, das wäre natürlich Bombe. Beim S&P 500 ist es natürlich nochmal deutlich mehr als beim Nasdaq. Aber gut, wer weiß, was bis dahin noch möglich ist. Es wären 1,27%. Ist jetzt nicht die Welt für Stockmärkte, das sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen viel aus. Aber warten wir erst einmal ab auf Daily Sicht. Sind wir natürlich auch schon mit einer Bearish Divergence gut dabei, in den kleineren Timeframes mittlerweile auch. Aber für mich nächste Woche wird es wahrscheinlich endlich diese Shortwoche, auf die ich schon lange, lange warte. Natürlich auch wegen den ganzen News. So, dann gehen wir rüber zum DAX. Wie sieht es dort aus? Hier warte ich auch noch, da habe ich schon ein bisschen eingezeichnet, warte ich noch auf dieses kleine Doppeltop. Da haben wir, glaube ich, schon mal im Laufe dieser Woche drüber gesprochen. Auch hier hatten wir jetzt erstens unseren Impuls. DAX sowieso immer so ein bisschen Nachzügler von der ganzen Woche, beziehungsweise von den letzten Wochen eher gesagt, die Stockmärkte steigen. Und jetzt hat der DAX auch ein bisschen nachgelegt. Auch hier neues, huch, ne, ich bin im Dow Jones. Sorry, jetzt aber. So, DAX, jetzt sind wir im richtigen Chart. Sorry dafür. Ja, also DAX, auch ein bisschen, wie gesagt, Nachzüge, also Chart ist natürlich trotzdem gleich Nachzügler gewesen, während die Stockmärkte extrem gepumpt sind. Kam beim DAX erstmal nichts zustande. Jetzt sind wir hier schon wieder kurz vom neuen All-Time-High an dieser Nähe, bei 17.000 Punkten. Auch mal hier ein bisschen überlegen für einen Short, wobei mir hier die ganze Struktur ehrlich gesagt überhaupt nicht gefällt momentan. Das Einzige, was es hier eben abzugreifen gibt, ist eben hier momentan dieses neue All-Time-High, beziehungsweise diesen R1. Das wäre jetzt prozentual, wenn wir hier jetzt weiter steigen würden, noch ein Pump von 0,7%. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir hier diesen noch mitnehmen und dann möglicherweise erst in einen neuen Short einsteigen. Aber das müssen wir beobachten, je nachdem, wie viele Trade Spits diese Woche mit den Stockmärkten reinkriegen, müssen wir nicht unbedingt noch das Risiko beim DAX gehen. Ihr kennt die Sache, wir hatten hier zwei Wochen lang oder drei Wochen lang einen Short Trade offen, der dann zum Glück noch in den zweiten Take Profit gelaufen ist. Das war es dann aber auch. Also ich will jetzt nicht hier auf Biegen und Brechen wieder versuchen, in einen DAX-Trade reinzukommen, der da Ende sowieso wieder nichts wird. Also da warten wir erstmal ab. Dem würde ich erstmal Seitenlinie lassen und eher einen Fokus auf die US-Indizes legen nächste Woche. Ansonsten tut sich hier, wie gesagt, relativ wenig Aufwärtsimpulse da. Bearish Divergence mittlerweile auch. Aber wie gesagt, diese zwei Liquiditätszonen einerseits mit diesem Wig hier beim All-Time-High und diese Box da oben, die könnte er sich auf jeden Fall noch holen mit dem R1 da noch in Verbindung. Wäre eigentlich perfekt für einen Short Entry, aber dazu dann nächste Woche mehr. Gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es dort aus? Gold weiterhin immer noch nicht so wirklich im Absturzmodus momentan. Das könnte sich natürlich nächste Woche noch mal ändern. Also ich hoffe, bin ich ehrlich, dass wir hier noch bis Montag, Dienstag oder vielleicht bis zum Fett-Zinsenscheid hier noch runterkommen auf ungefähr 1.997, dann wird die Position vielleicht sogar komplett geschlossen, weil ich nämlich eher davon ausgehe, wenn Pole dann wirklich sagt am Mittwochabend, okay, Zinsen bleiben jetzt erstmal dieses Quartal so, beziehungsweise jetzt bei diesem Fett-Zinsensenscheid und aber wahrscheinlich dann auch den nächsten, gehe ich ganz stark davon aus, dass Gold davon profitieren kann noch einmal und dann nochmal in den Pool-Sets, zumindest mal so ein Quick, dass wir einfach so ein schnelles Pump-and-Dump-Ding hier sehen. Da müssen wir uns dann aber nochmal zusammensetzen. Natürlich höhere Zinsen ist dann wiederum eher unattraktiv, möglicherweise für Gold, aber gut, das machen wir jetzt mal so stehen. Aber wie gesagt, dritter Take-Profit bleibt so und ich würde hier gerne einfach endlich mal diese Position hier wieder verdoppeln, das heißt nach 9 oder 12 Take-Profits, die wir hier haben, muss hier eine Verdopplung her. Ganz ehrlich, einerseits natürlich auch wegen den Gebühren, andererseits, weil ich hier immer noch absolut bullish bin, was Gold dieses Jahr anbelangt, vor allem weil ich eben davon ausgehe, dass 2024, 2025 dann früher oder später dann mal ein Crash, also ein größerer, globaler Crash kommen sollte. Aber ihr kennt ja meine Theorie, das habe ich ja schon hunderttausend Mal, glaube ich, erklärt in den letzten Monaten. Ansonsten, wie gesagt, tut sich hier auch relativ wenig. Ihr seht, die Märkte sind momentan gar nicht mehr so impulsiv wie sonst noch. Viel Seitwärtsphase, viel weniger Bewegungen und viel nahe am Widerständen. Also wir nähern uns langsam möglicherweise so einer kleinen Zwischenkorrektur, bevor wir dann möglicherweise weiter ansteigen können. Gehen wir zum Schluss noch auf Bitcoin ein. Wie sieht es da aus momentan? 42.500 US-Dollar, nachdem wir hier unsere Long-Position hier unten laufen lassen, haben mittlerweile alle drei Take-Profits genommen. Der nächste Widerstandsbereich liegt jetzt hier in diesem Bereich bei 42.800 bis knapp 43.700 US-Dollar über dem WIC. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch die nächsten Stunden ausartet. Wir haben Wochenende natürlich wieder ein neues Gap. Wir haben jetzt mittlerweile eine Bearish Divergence hier. Also shorten würde ich es momentan ehrlich gesagt nicht. Mir ist das Risiko hier ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch. Ich möchte aber die Long-Position verdoppeln. Wo vor allem hier unten in diesem Bereich zwischen 40.500 und 40.000 US-Dollar, das ist so momentan die Area, wo ich sagen würde, okay, da können wir die Long-Position noch mal verdoppeln, weil ich immer noch so davon ausgehe, dadurch, dass wir jetzt ein höheres Hoch hier gebildet haben, zumindest mal am Wochenende, gehe ich davon aus, dass wir zumindest hier noch möglicherweise die 45.500 US-Dollar anlaufen. Das heißt, mögliche Zwischenkorrektur, neue Step nach oben hin und dann gib ihm in Richtung 45.500. Ist aber nicht wirklich bullisch, meiner Meinung nach. Wir werden danach, denke ich mal, noch Richtung 36.000 oder 35.000 US-Dollar noch mal mindestens abverkauft werden. Und ihr seht auch schon, wenn wir hier in den 4-Stunden-Timeframe reingucken, ganz kurz, seht ihr, okay, würde perfekt jetzt gerade passen, von unserem Tief zu unserem High bei 42.800 US-Dollar, dass wir hier ins Golden Pocket reingehen. Wir hatten hier die Konsolidierung, dann diesen impulsiven Move, das heißt, die impulsive Move würde hier aufgefüllt werden, mit ins Golden Pocket hinein und dann mit neuen Impulsen und neuer Liquidität nach oben. Wenn ich mich jetzt auch nicht täusche, müsste auch hier noch eine Vector Candle, perfekt, hier liegt auch noch eine Vector Candle, in dieser Demand, Vector Candle plus Golden Pocket, also die Überschneidungen hier sind perfekt derzeit. Dann gucken wir uns auch die Psy-Range ein, wo diese jetzt momentan gebildet ist. Diese liegt, wenn ich mich jetzt richtig sehe, zwischen 41.900 und 42.700 US-Dollar, also relativ hoch diese Woche, aber ändert nichts an der Sache, dass ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass wir hier diese Lows auf jeden Fall nochmal testen sollten, um die Ineffizienzen, um natürlich auch die Vector Candle zu füllen und das Golden Pocket und von hier aus dann mit frischer Liquidität und neuen Impulsen dann möglicherweise hier nach oben hin zu ballern. Fraglich ist, ob wir überhaupt noch so hoch kommen, wenn die ganzen Zahlen wirklich so beschissen sein werden. Wie reagiert der Markt auf den Fettzinsentscheid, auf die ganzen Jobs in den USA, also Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft etc. pp. Wir haben sehr, sehr viele Daten aus der EU. Also da wird es sehr, sehr interessant werden nächste Woche und da müssen wir von Tag zu Tag schauen, aber da werde ich euch auch auf jeden Fall in den täglichen Videos immer mal auf dem Laufenden halten. Ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kommentar unten mit eurer Prognose. Würde mich auch sehr freuen, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, lasst es euch gut gehen und wir hören uns später noch zu einem kleinen Altcoin Update Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.